Hi Ficho, wir spielen Stadt, Land, Fluss. Deine 40 Sekunden laufen ab jetzt. Ein Beispiel mit F, Fußball. Ein Getränk mit D. Weiter. Ein Tier mit B, Bär. Eine Stadt mit M, Meppen. Ein Spielzeug mit C, ein Clown. Ein Buchtitel mit N. Weiter. Eine Sportart mit P. Zehn Sekunden noch. Weiter. Ein Sportgerät mit S. Und Stopp. Damit hast du vier Punkte gesammelt. Dosen, wir hätten dir beim Getränk auch zählen lassen. Danke dir fürs Mitspielen. Dankeschön.